Digital Seeds, was könnte das sein? Vielleicht eine neue Art von Bitcoins oder digital erzeugte Pflanzen oder vielleicht Cybersex? Nein! Digital Seeds ist das Huawei Nachwuchsprogramm für Deutschlands digitaler Explorer und zukünftige Führungskräfte. Wir laden jedes Jahr Studierende aus Deutschlands zu einer spannenden Heise durch China ein, um dort die dynamische Gründerszene und Hightech-Enthusiasten kennenzulernen. Digital Seeds führt die Teilnehmenden in Metropolen wie Peking, Shanghai und Shenzhen. Shenzhen wird übrigens auch als das Silicon Valley Chinas bezeichnet. Im Moment wissen wir aufgrund der Corona-Pandemie noch nicht genau, wann es das nächste Mal nach China geht. Aber schon vor der Reise nach China gibt es in Deutschland viel zu erleben. 200 Studierende werden von einer Jury ausgewählt. Bei einem Kick-Off-Event in Düsseldorf lernt ihr euch untereinander kennen. In den daraufführenden Wochen trainiert ihr in verschiedenen Online-Workshops, wie ihr eigene Ideen für Problemlösungen entwickeln und in innovative digitale Geschäftsmodelle umsetzen könnt. Euer Team besteht aus drei bis fünf Studierenden und ihr könnt einen von drei Themenbereichen auswählen. Mobilität, Metaverse, Nachhaltigkeit. In zusätzlichen Präsentations- und Pitch-Trainings steckt ihr eure Kompetenzen für das gemeinsame Präsentieren von Geschäftsmodellen. Denn am Ende stellen alle Teams ihre Geschäftsideen bei mindestens einem Pitch-Event vor einer hochkarätigen Jury von Venture Capitalists, Wissenschaftlerinnen und hochrangigen Vertreterinnen führender Unternehmen vor. Die besten 50 Studierenden reisen mit uns nach China. Dort tauschen wir uns mit chinesischen Studierenden und Thinktanks aus, treffen junge Start-Up-GründerInnen, lernen Produkt- und App-EntwicklerInnen kennen und bekommen exklusive Einblicke in die Arbeit der größten Tech-Unternehmen Chinas. Es geht also um Unternehmertum. Oder wie wir Neudeutsch sagen, Entrepreneurship. Wir wollen zukünftige GründerInnen inspirieren und sie vernetzen, beziehungsweise euch überhaupt erst einmal zeigen, was ihr selbst erreichen könnt. Mehr noch, wir haben viele spannende Themen im Gepäck. Neue Geschäftsmodelle, digitale Innovationen und neue Technologien, die in Zukunft unser Leben noch besser, einfacher und sicherer machen werden. Mehr als 9000 Studierenden aus der ganzen Welt haben diese Reise schon erlebt. Seit 2013 gibt es Digital Seeds auch in Deutschland. Ihr fragt euch, warum uns von Huawei dieses Programm so wichtig ist. Was uns genau motiviert? Ganz einfach. Bei Huawei leben wir für Technologie und genau diese Motivation und Begeisterung möchten wir auch an junge Menschen weitergeben. Dabei richten wir uns nicht nur an Studierende, die schon genau wissen, was sie beruflich machen möchten. Wir sprechen insbesondere auch junge Leute an, die noch unsicher sind, wohin ihre berufliche Reise geht, die aber motiviert, engagiert und vor allem neugierig sind und Abenteuer erleben wollen, so wie wir von Huawei. Bewerbt euch jetzt bis zum 13. März 2022. Füllt das Bewerbungsformular auf unserer Webseite aus und ladet euren Lebenslauf sowie ein kurzes Video hoch. Auf der Webseite findet ihr alle Informationen zum Bewerbungsverfahren, zum zeitlichen Ablauf und zum Programm selbst. Wir freuen uns auf eure Bewerbung und freuen uns darauf, euch kennenzulernen. Bis zum nächsten Mal.